So Leute und weiter geht es hier mit dem Let's Play von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation und wir haben in der letzten Folge die Story von Itachi durchgespielt und ich habe ja gesagt wir werden in der nächsten Folge entweder Kakashi oder Jiraya machen und ich habe ein bisschen rum überlegt, ja was mache ich denn jetzt aber ich habe mich dann doch für Kakashi entschieden und ich bin sehr gespannt auf die Story wahrscheinlich werden wir die Story vom kleinen Kakashi spielen aber ich bin gespannt ob wir dann auch was vom großen Kakashi sehen werden denn wir haben ja schon einige Teile von der Kakashi Story ja schon in der Naruto Story gespielt deshalb bin ich so ein bisschen zwiegespalten ob wir die Kämpfe überhaupt nochmal machen oder ob wir nur die kleine Story machen jedenfalls wir werden die Kakashi Story jetzt spielen und ich bin sehr gespannt was denn so schönes auf uns zukommt betra業ern 8 ab 1 0 es in Das war's für heute, Obito. Das war's für heute, Obito. Das war's für heute, Obito. Das war's für heute. 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 Das war das, was ich? Ich habe bereits gewonnen. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht gewonnen habe. Aber du bist jetzt? Es ist noch ein bisschen. Es ist noch ein bisschen. Ich war noch ein bisschen... Ich hatte eine große Kraft. Ich hatte das Wunsch, oder? Ich hatte eine große Kraft, die ich nicht verletzte. Ich hatte das Wunsch, als ich mich sehr in die Gefahr hatte. Ich habe immer noch bei mir gefreutert. Ich habe immer noch so einen Rennen. Oh yeah, Leute! Und wie wahrscheinlich, wie ich es mir schon gedacht habe, wir spielen die Story vom kleinen Kakashi und mit einem ziemlich coolen Video ganz am Anfang. Fand ich ziemlich cool. Und was Kakashi schon mit dem Alter schon alles drauf hatte, war aber geil. Finde ich ziemlich cool. So, wir müssen den Kampf gewinnen. Der Gegner ist um 30% stärker, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil Kakashi ist Ubito um Längen besser. Aber nur gut, das ist die Kampfvorlage. Und ho, Premiere, denn ich habe noch nie mit dem kleinen Kakashi gespielt. Mal gucken, wie der so drauf ist. Denn aber ich denke mal, wir schaffen das schon. Alles klar, wir haben Shidori. Das war ja... PAMS! Das war ja klar. Alles klar, so ein bisschen erstmal mit dem kleinen Kakashi einspielen. Mal gucken, was hat er denn so drauf. Cool! Also hat schon mal ziemlich coole Moves drauf. Ja, gefällt mir. PAMS! Alles klar. Shidori! So, mal gucken, wie das Ultimate Jutsu ist. PAM! KO! Ein ziemlich geiler Kampf. Und der kleine Kakashi hat echt was drauf. Also, muss ich schon echt zugeben. Der hat echt was auf dem Kasten. Also, der spielt sich überraschend gut. Und wir haben gleich mal am Anfang ein dickes S abgestaubt, Leute. Das kann auch nur gut werden. Alles klar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann haben wir das schöne Video, was wir am Anfang gesehen haben. Freigespielt. Gleichzeitig natürlich noch Ubito. Und wir haben das Geheimtechnik-Video freigespielt. Alles klar. Dann kriegen wir noch 3000 Rio. Und weiter geht's im Programm. Ich bin gespannt, was noch so schönes als nächstes kommt. Kämpfen wir noch gegen Minato? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Herr, ich muss jetzt auch dich retten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kakashi. Ich bin gespannt. Aber es ist eine Lektion. Das ist eine Lektion, die Kakashi leider erst noch lernen muss, weil er am Anfang ja so ein kleines Ego-Schwein war. Muss man ja ehrlich mal zugeben. Er denkt immer, er schafft alles alleine. Das ändert sich natürlich im Laufe der Geschichte noch. Dann wird alles in ihn umgekrempelt und er ist dann doch ganz, ganz nett und so. Na gut, wir müssen den Kampf gewinnen und der Gegner ist um 40% stärker. Ach du Güte, wir müssen gleich gegen Minato kämpfen. Na, das wird ja ein Spaß, Leute. Ja, denn mal los. So, alles klar. Pams. Alles klar, mal ein paar andere Moves ausprobieren. Nix da, Minato. So, bleibst du wohl stehen, Kollege. Yeah, geil. Also, ich mag das Moveset eigentlich. Das hat ein schönes... Wow. Wui. Nix da, Kollege. Und jetzt ist auch dein Chakra leer. Ah, nicht Chakra. Das Tauschstuze war leer. Ja. Pams. Nix da, Kollege. Du entkommst mir nicht. Nein. Okay, Kollege. Shidori. Ja. Ja. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Ja, verdammt. Alles klar. Nicht schlecht, Kollege. So. Na gut. Ah, verdammt. Ich will mit Ultimate beenden, aber... Dan wird's leider doch nur die Briefbombe richten. Schade, schade, schade. Ultimate zweimal verkackt. Aber na gut. Mal abgesehen davon war der Kampf eigentlich ganz easy, fand ich eigentlich. Also, Minato hat sich nicht allzu schwer... Äh... Als allzu schwer erwiesen. Wir haben zwar nur ein C gekriegt, weil der Kampf ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich wollte mit Ultimate beenden. Hat ja leider nicht geklappt. Gut. Jetzt haben wir auch endlich den kleinen Kakashi freigespielt. Und dann können wir ja weiter... 10.000 Rio haben wir noch dazu gekriegt. Und mal gucken, wie es weiter im Programm geht. Jetzt müssten wir... Äh... Ja, keine Ahnung eigentlich. Wir machen einfach mal weiter. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Spannung! Ich habe mir aber gewesen. Und man bezahltia, was das, was ich zuerst? Äh... Obeto! Das war's für mich. Ich hab noch einen schönen Ort. Ich habe mich mit dem anderen Kumpel gearbeitet. Ich werde dich mit dem Kumpel und bin ich mit dem Kumpel. Mein König ist mit dem Kumpel. Ich habe mich mit dem Kumpel in der Kumpel. Dann bin ich mit dem Kumpel. Das ist dein mal. Geil! Wir müssen jetzt gegen Naruto und Sasuke kämpfen. Und diese Konstellation erinnert mich an einer lustigen kleinen Special-Füller-Folge damals, noch bei den ganz, ganz alten Folgen. Die war ziemlich lustig. Alles klar, wir müssen den Kampf gewinnen. Der Erwachemodus ist natürlich nicht möglich und die gegnerische Angriffsstärke ist um 50% erhöht. Meine Güte, was die Kleinen schon alles drauf hatten, ist ja unglaublich. Ja, und das ist ziemlich schade, was auch mit Ubito passiert ist, um jetzt mal kurz zurückzurudern. Aber dafür hat Kakashi ja das Sharingan sozusagen von Ubito als letztes Geschenk gehalten. Und, naja, das nochmal als Vorworte. Und jetzt möchte ich aber hier ein bisschen betteln, ne? Alles klar, dann bin ich ja mal gespannt, was die Kleinen so drauf haben. Ich meine, die sind 50% stärker. Leider, ähm, weist ja auch die Angriffsstärke nicht nur, dass sie, äh, wesentlich mehr abziehen, sondern dass sie auch meist wesentlich besser kämpfen. Ah, nein! Wow, Alter, wie weit das Jutsu reicht. Ja! Jawoll! Also, das Jutsu hat eine recht angenehme Reichweite, merke ich gerade. Ja! Verdammt! Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, so viel zu aufpassen. Ja! So, pam! So, komm mal her, Kollege! Das kann doch nicht wahr sein! Habt ihr das gehört? Wie Kakashi sich gefreut hat, als ich ihnen das Flirtparadies gezeigt habe. Ja! Das hat nämlich ein bisschen mein Chakra aufgeladen. Das ist nämlich ganz gut. Das brauche ich auch gerade ein bisschen. Ja, los! Jawoll! Ah! Alles klar, ob wir es mit Ultimate beenden können? Los! Jawoll! Pams! Puh! Alter, die Kleinen hatten schon ganz schön was drauf. Musste man echt mal zugeben. Puh! Ich meine, 50% stärker. Alter! Und dann noch so ein bisschen Querfeuer durch Sasukes Feuerkugel. Das hat das Ganze noch ein bisschen verkompliziert. Aber wir haben es natürlich einigermaßen souverän geschafft. Und dann bin ich ja mal auf die Endbewertung gefasst. Naja, guten B. Aber egal. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir als nächstes machen im Programm. Jetzt müssten wir, glaube ich, gegen Itachi kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir sind natürlich... Wir schauen einfach mal und ich bin mal sehr gespannt. Und weiter geht's. Aber wir müssten gegen Itachi kämpfen. Das Problem ist, den Kampf hatten wir eigentlich schon in der Naruto-Story. Deshalb weiß ich jetzt nicht so ganz, ob wir überhaupt gegen ihn nochmal kämpfen. Nein, das ist das Problem. Ich habe mich überrascht, was ich. Sasuke war mit dem Geist. Sasuke war mit dem Anrund und Tamoto. Sasuke schlug aus dem Anrund, und Sasuke war mit dem Anrund. Er wollte sich, und dann hat er sich, dass sie ein neues Weg mit dem Weg bewegen. Ich habe es, was ich sage. Ich habe mich nicht mehr als ich nach drei Jahren zurückgebracht habe, aber ich wollte mich nicht mehr überlegen. Ich habe auch schon eine große Wahrnehmung, aber ich wollte mich nicht mehr überlegen. Oh ja, und die haben in den 3 oder 2,5 Jahren ne Menge gelernt. Sakura ist ein dicker fetter Panzer geworden. Also nicht massenmäßig, sondern stärkemäßig. und Naruto an ein paar coole Skills gelernt. Und ach du Scheiße, wir müssen den Kampf gewinnen und die gegnerische Angriffsstärke ist um 70% stärker. Ach du Schande, meine Fresse. Das wird bestimmt ein Hammerfight. Und dann macht euch mal drauf gefasst, das wird ziemlich hart. Na dann mal los, Leute. So, erstmal netten kleinen Griff als Auftakt. Ah, alles klar. Und dann vermöbeln wir ihn mal, Pams. Nein. Oh, es war so doof, jetzt das Tauschschuh zu einzusetzen. So, Naruto, bleib mal locker, Kollege. Ich muss hier mal ein bisschen Chakra aufsammeln, Mann. Du kannst doch mal ein bisschen warten auf mich. Oh, bin ich blöd. Ich hab gar keinen Tauschschuh zu und greife voll Naruto an. Ist natürlich schlau von mir. Jawoll. Pams. Hu, ha, 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 ha. Alles klar. So. Alter, die sind schon ziemlich fix. Das muss man denen echt mal zugeben. Aber nochmal eine Hundi-Attack wird's richten. Pams. Nein, Sakura hat sich geopfert. Ja. Okay, somit ist wenigstens schon mal einer fertig. Ja, verdammt. Aber jetzt haben wir wegen Sakura, ähm... Ja. Nein, 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 nein. Oh, ha, 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 ha. So, aber Naruto hat leider kein Tauschschuh zu mehr. Oh, wie schade aber auch. Pams und die Feuerkugel richtet's. Ich wollte zwar gern mit Ultimate beenden, aber Sakura hat sich todesmutig vor Naruto gestellt. Oh, wie romantisch. Aber nun gut. Wir haben den Kampf gewonnen. Und, boah, also... Auch wenn's vielleicht nicht so ganz so aussah, aber... Da musste man sich jetzt schon ein bisschen anstrengen. Aber wir haben trotzdem ein gutes A erreicht. Und... Ja, ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt kämpfen. Ich hab so ne leichte Vermutung. Aber schauen wir erst mal. Ich bin gespannt. Und dann geht's weiter im Programm. Und dann geht's weiter. Ich bin gespannt. Das ist das, was ich nicht sicher. Ich werde das nächste Generation aufnehmen. Ich werde das zwei sagen, dass ich das eigentliche. Aber das ist das, was ich. Teamwork, das mit der Beziehung. Obito, Rinn, und der Herr, Ah, ich bin jetzt! Ooi! Kaagashi-Sensei! Ich bin ein neues Job. Ich bin der Tuna-Desam. Ich bin schnell! Ich bin jetzt. Aber ich werde noch etwas nicht mehr. Ich werde wieder kommen. Kaagashi-Sensei, was ich bin? Ich bin also... Das war's für heute. Ich habe auch noch einen schönen Tag. Nein, nein. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ja, ja, ja. Das war ein neues Job. Ne, Sakura-chan? Du bist nur das. Ja, ja. Ja, Leute, und das war's ja schon. Ich hätte zumindest gedacht, dass wir noch mal wenigstens gegen Pain kämpfen, aber anscheinend ja nicht. Nun gut, das war die Kakashi-Story ein bisschen kürzer, als ich es erwartet habe. Nun gut, wir kriegen eine kleine Ninja-Karte, wir kriegen noch einen Titel, wir kriegen noch einen zweiten Titel. Hey, und wir haben das schöne Video, was wir am Ende gesehen haben, auch noch freigespielt. Mann, 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 alles klar. Dann haben wir die Kakashi-Story sozusagen beendet, absolviert und wir werden dann... Und wir haben natürlich die Trophäe, ne, Geschichte von Kakashi-Hatake abgeschlossen. Sehr schön. Und somit werden wir in der nächsten Folge die Iraya-Story anfangen. Da gab's ja auch so ein paar ziemlich coole Kämpfe, da bin ich schon mal sehr gespannt. Auch wenn ich das Ende vielleicht ein bisschen traurig finden werde, aber nun gut. Huh, aber trotzdem, die Kakashi-Story, auch wenn sie ein bisschen kurz war, fand ich die Story-Teile mit den kleinen Kakashi eigentlich ziemlich cool. Besonders das erste Video, wo die diesen kleinen Battle gemacht haben mit Minato und so. Das fand ich ziemlich cool, dass wir jetzt nicht gegen Pain gekämpft haben, fand ich schon ein bisschen verwunderlich. Aber, ähm, es gibt ja noch, das hab ich schon mal nachgelesen, ähm, wird es, also ihr da oben, ne, der schwarze Typ da, die schwarze Kulisse, das wird, äh, das ist Tobi. Und in der Story soll es angeblich, ähm, soll man angeblich alle Akatsuki-Kämpfe nachspielen können. Womit ja auch der Pain-Kampf zusammenhängt und da werden wir nochmal gegen Kakashi kämpfen. Also, ne, Pain gegen Kakashi und noch ganz viele andere Kämpfe, die wir ja jetzt, äh, im Laufe der anderen Storys alles ein bisschen übersprungen haben. Nun gut, aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es, äh, heißt, wir spielen mit Jiraya. Bis dahin sag ich Tschüssikowski und bis zur nächsten Folge. Tschüss!